Also Endo, auch offensiv, absolute Maschine. Und vielleicht, Sebastian, Kandidat für den Olympiakader der Japaner. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben, es findet nicht nur eine EM in diesem Sommer statt, sondern auch die Olympischen Spiele in Tokio. Los geht es am 23. Juli. Und Sven Missent hat erwartet so ein Stück weit, oder kann sich gut vorstellen, dass Endo auf der erweiterten Liste der Japaner, was den Olympiakader betrifft, landen dürfte. Er wird definitiv Länderspiele noch bestreiten mit der japanischen Nationalmannschaft. Danach könnte es eben sein, dass er dann auch noch für den Olympiakader ausgewählt wird. Das Problem ist so ein Stück weit, dass er große Teile der Vorbereitung nicht bestreiten kann und gegebenenfalls sogar das erste, also das DFB-Pokalspiel verpassen wird, das erste Pflichtspiel. Vielleicht sogar das erste Saisonspiel des VfB, weil du brauchst ja dann auch mal so ein bisschen Pause noch, nach einer komplett durchgespielten Saison und dann gleich Olympia, könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann vielleicht nochmal drei, vier Wochen Pause bekommt, bevor er dann erst in seine persönliche Vorbereitung einsteigt. Und dann wäre er einfach am ersten Bundesligaspieltag zumindest fraglich. Vielleicht sitzt er dann auf der Bank, so wie Benji Pavard damals, als er als Weltmeister zurückkam nach Stuttgart. Die guten alten, oder naja, die alten Zeiten. Gut, der VfB wird Endo keine Steine in den Weg legen, sollte es dazu kommen. Also sie werden nicht intervenieren. Und Sebastian, wäre das jetzt für dich okay, wenn Endo zu den Olympischen spielen darf? Oder sagst du, hey, der ist so wichtig. Eigentlich können wir uns fast nicht erlauben, diesen Sommer spielen zu lassen, weil A, Verletzungsgefahr, B, schlechte Vorbereitung. Wir wissen, das schlägt sich dann schon auch nochmal durch bei dem ein oder anderen Spieler. Also wie ist da so deine Meinung? Endo gehen lassen oder lieber hier behalten? Also ich glaube, du kannst als Fußballverein einem Spieler nicht verbieten oder verhindern, dass er an den Olympischen Spielen in seinem Heimatland teilnimmt. Das wäre furchtbar, finde ich. Ich glaube, Olympia dabei zu sein, muss irgendwie ein riesengroßes Erlebnis sein mit den ganz vielen verschiedenen Sportarten und Sportlern. Und wenn du einen Spieler hast, der die Möglichkeit hat, da dabei zu sein, dann musst du ihm das gewähren. Gar keine Frage. Gar keine Frage ist aber auch, dass es für den VfB nicht gut ist, wenn Wataru Endo die Saisonvorbereitung nicht mitmachen kann, eventuell sogar das erste Pflichtspiel oder das erste Saisonspiel verpasst. Weil er wird in der nächsten Saison noch wichtiger sein als in dieser, wenn Gonzalo Castro dann weg ist. Und du brauchst halt einen Endo, der genau wie in dieser Saison genauso gut performt, eigentlich alle Spiele macht. Jetzt gegen Bielefeld wird das erste Spiel sein, bei dem er nicht auf dem Platz stehen wird. Und genau das brauchst du auch in der kommenden Saison. Und natürlich ist da so eine Olympiateilnahme nicht förderlich, aber du darfst ihm die Chance nicht verbauen. Also das ist gar keine Frage. Also bei Endo lege ich mich fest, es wird seine letzte und einzige Chance sein, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Von daher, ja, ich tue mich ganz schwer damit, weil ich glaube schon, dass Endo so enorm wichtig ist für den VfB. Und wir einfach dann als Fans, glaube ich, auch grundsätzlich immer die Sorge haben, wenn die auf Länderspielreisen sind, dass sie sich nochmal verletzen könnten. Jetzt gab es zum Ende hin unserer Saison immer häufiger muskuläre Verletzungen. Auch da fragt man sich, ob das jetzt wirklich irgendwie nur Zufall ist oder ob es dann halt einfach auch dieser extrem eng getakteten Saison geschuldet ist. Und wenn du überlegst, jetzt kommt dann nochmal ein Turnier mit dazu. Jo, ich mag mir gar nicht ausmalen, was passieren würde, wenn sich Endo schwerer verletzt oder so. Von daher, für ihn würde es mich natürlich freuen, aber für mich jetzt als reinen VfB-Fan hätte ich nichts dagegen, wenn der japanische Nationaltrainer oder Olympia-Coach sagt, ach nee, komm, den Endo nehmen wir nicht mit. Also es ist für mich auch ein Zwiespalt, aber gut, er hat es sich verdient, keine Frage. Wenn wir schon über Nationalmannschaften sprechen, können wir vielleicht noch ganz kurz anbringen, Orel Mangala und Borna Sosa wurden nicht für den EM-Kader ihrer jeweiligen Nationalmannschaft nominiert. Man muss vielleicht noch dazu sagen, Borna Sosa, da wäre es die Kroatische gewesen. Und bei Orel Mangala hat sich nichts geändert, das ist weiterhin die Belgische. Für Nico Gonzalez lief es da etwas besser. Er steht im erweiterten Copa America-Kader der argentinischen Nationalmannschaft, was so ein Stück weit überraschend kam, weil Nico Gonzalez ja jetzt sehr, sehr lang ausgefallen ist. Ebenfalls mit muskulären Problemen. Der VfB sehr vorsichtig ist, was die Wiedereingliederung angeht. Da war ich ein bisschen überrascht, dass er da jetzt es in den erweiterten Kader geschafft hat, Sebastian. Also ich denke mal, da müssen wir auch ein Auge drauf haben. Ob Gonzalez das gut wegsteckt, sollte er dann auch mitfahren.